Hey Leute, heute zeige ich euch meinen Lieblingsort auf der Gamescom, das Cosplay Village, dieses Jahr präsentiert von YouTube Shorts. Aber was man da machen kann, zeige ich euch im nächsten Video. Ich bin direkt einem super coolen Transformer von AJ Designs über den Weg gelaufen. Und es gibt auch eine Bühne, auf der es verschiedene Programmpunkte zu sehen gibt, zum Beispiel Sängerin und viele verschiedene Talks. Im Cosplay Village kann man aber auch noch viele andere Dinge entdecken, zum Beispiel diese Jurassic World Ecke. Danach habe ich mir den Artist-Bereich angesehen und die vielen verschiedenen Kunstwerke bestaunt und mir auch bei einem meiner Lieblingskünstler, Shen, einen Print ergattert. Er ist wirklich ziemlich cool. Und darüber war ich wiederum ziemlich happy. Im Anschluss ging es zu Summoner's SoCase, um ein Foto mit Cosplay-Freunden zu machen. Dort gibt es auch verschiedene Fotowände. Außerdem gibt es auch einen Repair-Service, falls Kostümteile mal kaputt gehen. Nachdem ich ein Autogramm geben durfte, habe ich noch den Borderlands-Stand entdeckt und musste in 30 Sekunden mit geschlossenen Augen einen Turmaus-Bechern bauen, um mein T-Shirt zu gewinnen. Der ganze Tag hat super viel Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächsten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.